Entschuldigung für die kleinen Kinder, aber muss man auch mal sagen Hallo, Assalamu alaikum, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht euch, Kollegen? Alles gut, zweiter Tag, Ramadan, hoffentlich seid ihr nichts mehr. Guck mal, Kollegen, viele Leute, die nehmen als Ausrede ich fast und so, deswegen manchmal bin ich aggressiv. Nein, Kollegen, nur weil du fastest, brauchst du nicht deine Aggressivität und sowas bei anderen Leuten auslassen. Dann machst du was falsch in deinem Fasten, weil Fasten heißt nicht nur kein Essen, kein Trinken und kein Sex. Entschuldigung für die kleinen Kinder, aber muss man auch mal sagen. Sondern Fasten heißt kein Essen, kein Trinken, kein, du weißt schon, und kein Streiten auch. Kein Liegen, kein Listern, diese da sind die meisten noch wichtiger Kollegen. Dankeschön und schönen Ramadan noch. Daom... ... ... ...